Du solltest sowohl physisch als auch mentale, spirituelle Stärken besitzen. Du musst dich Schritt für Schritt entwickeln. Mein Name ist Paul Siebler. Ich bin Moritz Schüttenhör. Mein Name ist Nick Franklin. Ich bin Francisco Monaturi. Der zähste Sportler weint dennoch, wenn er an einer Krankheit leidet. Er hat eine mentale Stärke, aber das macht ihn nicht gesünder. Das fällt jetzt im Michael. Das ist Tessi durch. Tessi hier. Tessi, Kollegen, Tessi. Das hat mich wirklich viel besser für meine Riding. Schnelle und effektive Behandlung. Jede Sekunde zählt. Klasse, dass wir hier jetzt so einen Physiotherapeuten da haben, der die Fahrer behandelt. Big crush. Ich habe mir gerade so ein bisschen solle, dass ich 30 Stunden auf dem Flugzeug fliege, das ist mein nächstes Problem. Voll mein Rücken, ich halte wieder vor Problemen. ADAC Motorcross 2015. Es ist ein harter Sport und keine Kitzel-Weltmeisterschaft. Man muss immer auf der Route sein. Unfälle sind vorprogrammiert. Wichtig dabei ist, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Fit fürs Finale. Now is very good. I say thank you. I say thank you. You, you know you like. I say thank you. Let's go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Vielen Dank.